Es ist 6 Uhr morgens und dein Kopf sagt dir, es ist zu früh und zu dunkel, um aufzustehen. Ausreden gibt es viele. Die Stimme in deinem Kopf will, dass du den Snooze-Button drückst. Doch du bist stärker. Du weißt genau, warum du dir den Alarm gestellt hast. Heute ist dein Tag. Du willst Vollgas geben. 110% für dein Projekt, für dein Ziel. Du springst aus dem Bett und legst los. Workout, kalte Dusche, Frühstück. Dazu gehört ab sofort eine große Tasse von unserem Upgraded Rocket Coffee mit der Spezialzutat Recover CBD. Gemeinsam mit Recover CBD wird der Kaffee zur perfekten Unterstützung für deinen Zellschutz. Über den Tag verteilt sorgen immer wieder äußere Einflüsse wie Stress, intensives Training oder anspruchsvolle Arbeiten für Reize und kleine Mikroentzündungen in deinem Körper. Und genau hier kommt Recover CBD ins Spiel. Das enthaltene Vitamin E schützt deine Zellen an fordernden Tagen vor oxidativen Stress und ist so der Sicherheitsgurt in deinem Alltag, damit du richtig Gas geben kannst. Und jetzt lass uns deinen neuen Lieblingskaffee kochen. Alles was du dafür brauchst sind eine Tasse deines Lieblingskaffee. Wir benutzen hier unseren Rocket Coffee. Einen Esslöffel MCT-Öl. Auch hier benutzen wir natürlich unser Rocket CA. Einen Esslöffel Weidebutter. Als Veganer kannst du hier Kokosnussmus verwenden. Einen Teelöffel Zimt. Einen Teelöffel Kurkuma. Drei Tropfen von unserem Recover CBD. Brühe dir deinen Lieblingskaffee ganz normal auf, je nachdem ob du hier Filterkaffee verwendest oder eine French Press nutzt. Anschließend packst du den Kaffee zusammen mit den restlichen Zutaten einfach in den Mixer. 30 Sekunden später ist dein Kaffee auch schon fertig und du kannst den vollen Geschmack genießen. Du willst noch mehr Rezeptvideos wie dieses hier sehen? Dann abonniere gern unseren Kanal und verpasse in Zukunft keinen unserer Tipps. Also lass es dir schmecken, erhol dich gut und get shit done.